So, jetzt ist der Alexander Garcia bei mir. Das ist der Bruder von Dominik. Dominik hat schon mal ein Interview gemacht bei uns, der Alex noch nicht. Also ich habe jetzt die anderen zwei Kameraden auch schon gefragt. So hohe Ergebnisse, da kann man sich als Fan natürlich gerne gewöhnen. Glaubt ihr, das geht gerade so weiter? Natürlich wird es jetzt so weitergehen. Also wir sind da ganz oben in der Tabelle. Jede Woche werden die versuchen uns zu schlagen, werden alles geben gegen uns. Heute hat uns der Gegner extrem leicht gemacht. Also ich glaube nicht, dass wir die Saison noch mal so ein rechtes Spiel kriegen werden. Du hast glaube ich heute drei Tore gemacht, gell? Ja. Eines hast du glaube ich nur so ein bisschen weggenommen oder sogar. Ja. Das kann man verkraften. Das kann man verkraften. Du führst wahrscheinlich die Torschützenliste an oder weißt du das auswendig? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich hätte es mal gelesen, aber ganz genau weiß ich es nicht. Also Glückwunsch zu dem guten Sieg und viel Glück auch beim nächsten Spiel. So, danke.